Letztens bin ich an so einer Werbung für die Sparkasse vorbeigelaufen. Da stand einfach so gut. Gut in weiß auf rotem Untergrund. Und ich dachte mir so, krass. Krasser Slogan. Also irgendwo muss es ja mal eine Sitzung gegeben haben, wo das das beste Ergebnis gewesen ist. Wie sah die Sitzung aus? Ich stehe mal so ein Mann vor so einer Flipchart vor. Also folgende Begriffe sind in die engere Auswahl gekommen. Mittelgut. Nicht ganz so gut. Etwas schlechter. Und Schnielwurz. Und dann alle so, also Mittelgut finde ich Mittelgut. Nicht ganz so gut, nicht ganz so gut. Etwas schlechter, kann man sich streiten. Und dann haben sich alle darauf geeinigt, dass gut doch ein sehr guter Slogan ist. Gut ist sexy. Gut ist modern. Gut vermittelt. Werte gut hat. Bis.